Willkommen bei einem weiteren Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Ihr habt im Intro-Video eine Zusammenfassung der grundlegenden Rechengesetze, also das Vertauschungsgesetz, Verbindungsgesetz, Verteilungsgesetz und die Klappustrie-Regel kennengelernt. In diesem Video schauen wir uns das Verteilungsgesetz etwas näher an. Das Verteilungsgesetz oder auch Distributivgesetz sagt folgendes aus. Bei einer Multiplikation mit einer Klammer wird der äußere Faktor mit jedem Glied in der Klammer multipliziert. Die Strichrechnungen bleiben dabei allerdings gleich. Diese Operation nennt man ausmultiplizieren. Das Gesetz sagt außerdem aus, dass ein Faktor, der in jedem Teil einer Strichrechnung vorkommt, herausgehoben werden darf. Dabei ist die Reihenfolge der Faktoren in den einzelnen Summanden egal. Also ist uns nicht wichtig, ob a mal c oder c mal a in der Rechnung steht. Auch hier bleiben die Strichrechnungen wie vorher erhalten. Führt man diese Operation aus, nennt man das herausheben. Pausiere hier mal das Video und notiere dir die Zusammenfassung. Dieses Gesetz ist besonders hilfreich für die Multiplikation von großen Zahlen. Dieses Beispiel soll es zeigen. Wir schauen uns die Rechnung 7 mal 24 an. Wie könnte ich das Gesetz hier anwenden? Ich kann die große Zahl einfach in zwei kleinere aufteilen. Nämlich 7 mal 24, da teile ich die 24 in 20 plus 4 auf. Und dann kann ich die Zahlen einfach einzeln ausmultiplizieren. Also habe ich 7 mal 20 plus 7 mal 4. Zusammen ergibt 7 mal 20 140 und 7 mal 4 ergibt 28. Wenn ich das dann am Ende addiere, dann kommt mir 168 raus. Das ist das richtige Ergebnis. Mit ein bisschen Übung wird das im Kopf ganz schön schnell gehen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie die Rechnung funktioniert hat, pausiere kurz das Video und mache eine Probe. Manchmal macht es auch Sinn, einen Faktor herauszuheben. Schauen wir uns dieses Beispiel an. 65 mal 13 plus 13 mal 35. Hier kann ich den Faktor 13 herausheben und erhalte eine sehr einfache Rechnung, nämlich 13 mal in Klammer 65 plus 35. Die Zahlen in der Klammer kann ich nun zusammenrechnen und erhalte 13 mal 100. Was dann natürlich 1300 ergibt. Das Ziel ist hier immer, die Zahlen in den Rechnungen so zusammenzufassen oder aufzuteilen, sodass meine Rechnung einfacher wird. Wir haben am Anfang bereits gesehen, dass die Regel für jede Strichrechnung funktioniert, also auch die Subtraktion. Zum Beispiel 7 mal in Klammer 70 minus 11. Eine Möglichkeit wäre es, die Subtraktion in der Klammer durchzuführen. Das wäre durch die Klapustri-Regel auch so gegeben. Damit komme ich auf die Multiplikation 7 mal 59. Das könnte ich nun mit einer Nebenrechnung lösen und mir kommt 413 als Ergebnis heraus. Allerdings kann ich auch das Verteilungsgesetz anwenden. Zum Beispiel, wenn ich die Aufgabe nur im Kopf, also ohne Nebenrechnung oder Taschenrechner lösen will. Dann multipliziere ich 7 mit jedem Teil der Strichrechnung. Bei 7 mal 70 kommt mir 490 heraus. 7 mal 11 ergibt 77. Wenn ich nun die Subtraktion durchführe, erhalte ich das Ergebnis 413. Wie sieht es nun mit der Division aus? Falls du die Klammer durch eine Zahl dividierst, kannst du das Gesetz ebenso anwenden. Also in Klammer 72 plus 24 dividiert durch 8. Genauso wäre es hier eine Möglichkeit, die Addition in der Klammer durchzuführen. Das Ergebnis 96 kann ich nun durch 8 dividieren. Mit einer Nebenrechnung komme ich nun auf das Ergebnis 12. Ohne Nebenrechnung gäbe es wiederum die Möglichkeit, das Verteilungsgesetz anzuwenden. Dann dividiere ich 72 und 24 jeweils durch 8. So ergibt mir 72 durch 8 9 und 24 durch 8 ergibt mir 3. Nun sehe ich, dass 9 plus 3 12 ergibt. Das ist auch das richtige Ergebnis. Diesen Lösungsweg darf ich aber nur verfolgen, wenn die Klammer der Dividend ist. Wird aber durch die Klammer dividiert, dann funktioniert das nicht. Zum Beispiel 10 durch in Klammer 7 plus 3 ist nicht dasselbe wie 10 durch 7 plus 10 durch 3. Wenn ich die Rechnung weiterführe, also links die Klammer zuerst ausrechne und rechts die Punktrechnung durchführe, komme ich am Ende auf verschiedene Ergebnisse. Also muss dieser Lösungsweg falsch sein. Glaubst du, du hast dieses Gesetz verstanden? Dann schau dir folgende Gleichungen an und sag mir, welche stimmen und welche nicht. Pausiere dazu das Video. Die Antwort kannst du danach vergleichen. Diese Gleichungen waren richtig. Diese waren falsch. Nicht vergessen, achte auf die Vorzeichen in der Klammer und dividiere niemals durch eine Klammer, in der eine Strichrechnung steht. Nimm dir nun einen Zettel und einen Stift, schreibe die folgenden Rechnungen ab und versuche sie selbst so sinnvoll wie möglich mit dem Verteilungsgesetz zu lösen. Kann ich irgendwo vielleicht einen Faktor herausheben oder eine Zahl auf zwei Summanden aufteilen? Pausiere dafür das Video. Die Lösungen kannst du danach vergleichen. Das wäre eine Möglichkeit, die Rechnungen fortzuführen. Hast du dieselben Ergebnisse? Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!